mahlzeit leute wir lösen heute ein hausgemachtes problem von tuners scale ich weiß gar nicht ob dieses problem auch bei tuners core irgendwie dasteht aber wir werden heute eben ein nas das ist hier nur ein beispiel nas jetzt mit tuners scale installieren wobei tuners scale das große problem hat immer die gesamte festplatte usb stick oder sonstwas benutzen zu wollen für das betriebssystem aber wir wollen das nicht und ich zeig dir jetzt die lösung wie das geht wie gesagt ganz wichtig die anleitung hier losgelöst von dem asu store dinger die sind ja hier super das ist hier so ein 12 bay nas system aber lasst uns einmal kurz in die theorie reingehen wie gesagt die anleitung ist auch beschrieben die nutzen wir jetzt gleich auch denn es gibt hier einen ganz ganz wichtigen befehl aber vorher einfach mal ganz kurz die theorie das ist jetzt hier das nas system was bei mir von der nase steht und hier die vier disks 4n wm is sind halt ein terabyte envies und ich will jetzt auch auch dort schon das betriebssystem direkt auf ein raid z1 von zfs hat eben drauf poolen aber will halt eben nicht meinen ganzen data overhead verlieren denn in der regel und das zeige ich euch mal würde jetzt bei einer standard installation von tuners scale folgendes passieren das system würde nämlich die partition so bauen dass halt eben die festplatte in gänze genutzt wird für den bootpool das heißt wir hätten hier oben da müsste ich jetzt hier quasi das data wieder entfernen wir hätten jetzt diese nbm is weggeschleudert würden dann wirklich unsere 1 terabyte in bm is irgendwie wegschmeißen und könnten sie halt eben nicht mehr benutzen weil der bootpool darauf liegt verkleinern und so geht auch alles gar nicht also müssen wir das problem an der wurzel packen und zwar bei der installation und bei der installation müssen wir sagen ein kollege dein bootpool nimmt bitte nicht die gesamte festplatte klar ich weiß lösung wäre sich eher wie eine kleine was weiß ich 64 gigabyte riegel oder sowas da rein zu bauen oder das betriebssystem auf einen usb stick zu legen alles adäquate lösung keine frage allerdings ich präferiere diese lösung hier dadurch sagt alles klar natürlich soll das auf meinem raid liegen mein betriebssystem natürlich soll das gerne über mein raid z2 raid z3 liegen kein problem mit der lösung jetzt hier absolut machbar trotzdem jetzt einmal noch unter dem doppelstrich beschrieben was wir wollen ist diese lösung hier dass unsere bootpool partition sozusagen nur in dem falle das ist jetzt ein beispiele könnt größer kleiner machen 16 gigabyte großes und wie den restlichen speicherplatz wie es hier angegeben ist komplett noch mal nutzen können für data damit wir wirklich nach draußen hin nfs als quasi zips und so weiter halt eben machen können und nicht diesen speicherplatz irgendwie verbaseln nochmals hinweis so wird das auch heutzutage in enterprise storage system gemacht das betriebssystem liegt partitioniert quer irgendwo drüber nicht auf irgendwelchen usb sticks sd karten oder sonstwas das betriebssystem kommt selbstverständlich damit drauf ist selbstverständlich von diesem jahr partition zeug ne raid raid z1 und so weiter mit abgesichert ne macht man heutzutage so ist state of the art ok theorie geklärt ich werde die kiste jetzt hier aufbauen ich gute schon mal bis dahin wo wir hin müssen und dann sehen wir uns wieder so ich habe alles aufgebaut ich bin fertig ich hoffe auch ihr seid fertig lasst uns anfangen wie gesagt ich habe die kiste einfach mit einem usb stick wo tuner scale drauf ist in dem fall hier in vento stick einfach über das usb bootmenü wie auch immer gestartet und bin jetzt in der tuners scale ganz wichtig ich weiß nicht genau ob das für core genauso zählt bin ich drin und wir werden jetzt hier in die shell gehen müssen wir gucken ganz kurz vorher einmal in die dokumentation von mir rein ich habe auch da eine quellenangabe geben woher ich das habe das ist nicht unbedingt von mir ich schreibe sowas aber gerne dann einfach mal in deutsch in leserlich und dann verständlich wieder da also anleitung relativ einfach starte den tuner scale installer check haben wir wechsel in die shell machen wir jetzt gleich und jetzt kommt es und jetzt müssen wir hier gleich ein befehl sozusagen rein hackern ich lese den jetzt einmal bevor wo bevor ich denn jetzt hier mühselig mit einer englischen tastatur rein wurstel es passiert eigentlich nichts spannendes es wird lediglich an dem inhalt einer sogenannten user es bin tuners install datei eine zeile geändert und in der zeile wird quasi nur verändert bitte nehme für die installation des betriebssystems für den bootpool nicht so hold disk also die gesamte festplatte ssd nbmi sondern bitte nur einmal 16 gigabyte das könnt ihr natürlich hier frei ändern wenn ihr meint ihr braucht für euren bootpool wegen viele locks 20 30 50 gigabyte könnt ihr das da selbstverständlich anpassen nach frei nach belieben und dann wird einfach der installer wieder gestartet und alles bleibt beim alten ich wechsle wieder rüber das heißt wir gehen jetzt hier ganz normal in die shell rein ich sag shell und jetzt wird es ihr seht schon jetzt wird es kompliziert jetzt muss ich mit einer englischen tastatur ist diese hoch kommentars und so weiter mit diesem sed befehl eingeben ich melde mich gleich so ich habe mir mühe gegeben keine fehler zu machen ganz wichtig ihr müsst die richtigen hoch kommentars und sonstwas finden denn wenn ich nämlich jetzt hier enter drücke beim gibt es keine wirkliche rückmeldung das einzige was wir jetzt wirklich wieder machen müssen wir müssen wieder diesen tuners installer wieder starten beziehungsweise zurückgehen und das machen wir wirklich indem wir hier einfach wieder reinschreiben user es bin tuners install und wir landen dann wieder ganz normal beim installer aber wir haben den installer jetzt ja gerade modifiziert und das heißt der installer nimmt jetzt nicht mehr die ganze disk sondern halt eben nur die größe die ihr angegeben hat in meinem fall 16 gigabyte als bootpool ihr geht jetzt wirklich ganz normal in die installation rein wählt gleich ganz normal in dem punkt jetzt hier die festplatten aus die ihr als bootpool haben wollt ihr kennt das ihr wählt jetzt einfach dann meinetwegen wie in meinem falle hier diese vier stück aus die wähle ich jetzt hier aus und er baut dann mir natürlich auch er ist ja intelligent darüber ein raid z1 mit zfs tuners ja alles standard default gehört dazu baut er mir jetzt ganz normal in raid z1 aber ganz wichtig nicht über die ganze festplatte sondern halt eben nur über die partitionsgröße die ich angegeben habe ihr seht schon der installer ist jetzt genau derselbe fresh install blablabla format boot device und so weiter und so weiter es ist die normale installation die gehe ich jetzt durch und wenn das ding dann gleich gebootet hat sehen wir uns wieder die installation ist jetzt fertig und jetzt wollen wir natürlich noch weitere schritte machen dass ich euch zeige wie man den restlichen beziehungsweise den übrigen speicher allokiert wir gucken jetzt erstmal was hat er eigentlich wirklich gemacht lasst uns reingucken kiste steht ja hier neben mir installation ist durch kiste hat gebootet wir gehen mal drauf also das kommt jetzt gleich optional übrigens speicher einer partition zuweisen wir bauen den raider draus und so weiter und so weiter also ihr seht tun dass das ganze mal installiert und wenn wir jetzt auf storage gehen seht ihr auch wir haben keinen aktiven pool den wir wirklich benutzen können aktuell und wenn wir unter den reiter disk gehen da seht ihr jetzt wirklich hier diese vier festplatten da boot pool boot pool boot pool boot pool ein terabyte größe der festplatten aber alles nicht nutzbar und das wäre jetzt halt eben auch unser verschwendeter platz allerdings wenn wir jetzt einfach mal hier auf die ssh auf die shell gehen sozusagen von der kiste dann sehen wir aber dass hier dieser 1 terabyte platten in meinem falle sind das hier die envy im i2 bis 5 ist so ein bisschen verstreut sehen wir jetzt dass es hier eine partition 3 gibt mit 16 gigabyte größe wo sich halt eben dieser boot pool drin versteckt auch das können wir uns angucken z pool status einfach mal reingucken ach ich muss als admin rein so als admin machen wir das ganze noch mal z cool status und da seht ihr auch schon partition 3 partition 3 partition 3 partition 3 und so weiter und so weiter ist der boot pool jetzt das heißt der wurde wirklich komplett einfach aufgebaut ich sehe schon gerade es ist nur ein mirror 0 das können wir aber ändern wir wollen jetzt aber jetzt erstmal um die restlichen platten platz kümmern dafür auch easy anleitung ihr braucht glaube ich zwei befehle oder irgendwie sowas wir nutzen einfach parted parted ist einfach auf dem tun das schon drauf wir müssen also nichts installieren großartig nachträglich noch sondern wir gehen einfach in die einzelnen festplatten rein können uns angucken wie sieht das ganze partitions modell aus und hier unten letztendlich können wir einfach mit mk part pool dann sozusagen die letzte größe das sagt er uns aber auch und dann einfach sagen mit 100 prozent nutzt bitte den restlichen speicherplatz der auf dieser festplatte zur verfügung ist um eine neue partition zu bauen wir gehen rüber wir sagen hier einfach mal parted dann dev nvme in meinem falle fängt es ja an mit der 2er haben wir gerade eben um gesehen 2n1 und gehen da einfach mal rein dann sagen wir hier ein print und schauen mal was jetzt hier drin rum wurstelt ihr seht die einzelnen sektoren beziehungsweise die größe wo welche partition anfängt und hier gut zu erahnen die letzte partition hört gerade auf bei 17,7 gigabyte es ist ein fall system zfs und da wollen wir jetzt einfach unsere partition hinten dranhängen die wir dann jetzt gleich nutzen wollen ich komme mir mal den befehl hoch wir sagen mk part nennen das ganze einfach pool wie das heißt ist erstmal scheißegal und können jetzt ja auch einfach sagen 17,7 gigabyte wenn der das frisst das werden wir gleich sehen und sagen 100 prozent auffüllen mit einer partition enter wir gehen mal rein sagen noch mal ein print und wir sehen von 17,7 gigabyte bis ende gelände und so weiter ist jetzt eine weitere partition entstanden ich sag einfach mal quitt wir machen noch mal ein ls blk und wechseln hier zur endform e2 n1 und sieht man da 915 gigabyte partition die wir jetzt frei benutzen können ich mache das jetzt mal eben schnell für die anderen drei da müsst ihr nicht dabei sein so ihr seht ich habe für alle vier envy ist jetzt diese vierte partition angelegt die sind natürlich irgendwie komischerweise auch alle irgendwie gleich groß und da wollen wir jetzt ganz einfach ein z pool bauen auch das habe ich wie gesagt hier beschrieben kurz anleitung wir machen es jetzt hier gemeinsam und wir legen uns wirklich einfach mal ein raid z1 jetzt an das andere mit dem mirror das kläre ich dann gleich so wir machen die konsole hier einfach wieder auf und wir machen ganz ganz normal gemeinsam wir sagen jetzt hier up z pool create jetzt irgendeinen pool name nennen wir es mal nvme minus data 1 irgendwie wir wollen ein raid z1 haben und jetzt gehen wir wirklich alle partitionen an die wir dort und unser raid z1 reingeballert haben wollen also nvme 2 n1 p4 und so weiter und so weiter ich habe es fertig geschrieben z pool create nvme data 1 raid z1 def 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 jeweils die partition 4 und wir sagen einfach mal naja er hat uns noch gesagt ist part of potential pool wollen wir aber gar nicht sondern wir machen das ganze jetzt noch mal ich kann nicht auf position 1 drücken sehe ich gerade meine tastatur beziehungsweise die shell will das nicht fressen jetzt ist die frage wo er dieses dash erwartet jetzt hat das wohl gemacht z pool status und wir sind drin wir haben jetzt ja ganz normales raid z1 über die vier partitionen ganz normal angelegt was wir ja wie soll ich sagen jetzt nutzen könnten allerdings eine kleine sache ist dabei super wichtig tuners erkennt das ganze erstmal nicht ne session extend er sieht jetzt hier erstmal ja nichts an dem falle jetzt hat das jetzt gerade scheinbar gefunden ich gucke jetzt mal unter storage da sieht dass es ist irgendwie für ihn noch nicht da wir müssen das ganze importieren damit tuners das ganze halt eben auch auf software ebene einfach einmal checkt und kapiert dass das ganze irgendwie da also wenn ich jetzt hier einfach nur auf import gehe das ist meine data 2 von meinen 2 terabyte auch dieses nvmi data 1 hier nicht auf deswegen letzter step wie hier beschrieben wir exportieren das einmal also hängen das einfach nur aus dieses z pool sagen hier export nvmi data 1 schmeißen das quasi raus z pool status noch mal da drin taucht es ja erstmal ganz normal noch auf und jetzt können wir wahrscheinlich müssen wir hier einmal großzügig aktualisieren oder er will jetzt müssen sich einloggen und können dann hier unter import das nvmi data 1 ganz normal packen und dann importieren und dann kennt auch tuners dieses z pool weil halt eben tuners scale in dem falle warum auch immer ich hoffe dass diese funktion bald jemand kommt mit partitionen halt eben nicht umgehen kann so der z pool ist integriert eine sache wird aber bleiben das ist leider gottes so weil wir halt eben die volle partition beziehungsweise die volle platte nicht benutzen können da kann halt eben tuners nicht mit umgehend er erkennt hier in diesem falle das wie def nicht weil er einfach mit partitionen nicht umgehen kann aber alles andere leute funktioniert trotzdem das ist einfach nur wahrscheinlich ist einfach software stack mäßig ist das nicht integriert aber trotzdem es funktioniert alles wir können snapshots machen ihr seht da partition 4 taucht hier nicht auf er kennt einfach keine partition macht aber nichts trotzdem die data sets und storage und so weiter alle funktionen von vorne bis hinten egal ob compression deduplication und so weiter und so weiter und so weiter funktioniert alles sauber tadellos wie gesagt einzig und allein was halt eben noch ist ist halt eben diese anzeige dass er sagte wie def ist not aside so das ist auf jeden fall wirklich die einfache lösung um wirklich ein paar tischen modell halt eben mit tuners scale ganz mal zu erreichen ganz wichtig hier ist die anleitung mehr habe ich ja wirklich nicht getan ihr habt live gesehen und diese anleitung es steht zwar hier unten runter mit diesem asus dohr ich habe das mit dem asus dohr gemacht ihr könnt damit das technology machen ihr könnt damit jeglichem system machen wo tuners halt eben irgendwelche festplatten halt eben benutzt zur installation und auch generell gilt das thema wollt ihr irgendwas partitionieren das heißt es zählt auch wenn ihr irgendwelche envies partitionieren wollt die als cash oder lockt oder sonst was sind für zfs kann man auf diesem weg ganz normal partitionieren und dann in envy idee oder in data sets sozusagen in z pools die vielleicht drehende spindeln sind ganz normal mit einfügen auch das ist was was ja wie soll ich sagen tuners halt eben auf partition ebene leider gottes gerade eben nicht kann das soll es mit der anleitung gewesen sein wenn ihr noch irgendwelche fragen habt ab in die kommentare oder noch viel besser das forum v 64 punkt tech einfach nutzen da gibt es irgendwie auf jeden fall zumindest immer eine antwort hier auf youtube weil sie nicht immer vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video hat rein tschau